Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Lost Viking Kingdom of Women und ja wir müssen noch ein paar Ressourcen finden. Den In-Game Sound würde ich gerne etwas runter drehen, denn es wird immer lauter. Okay ich brauche eine Axt. Ich brauche eine Axt. Dazu brauche ich aber wieder Ressourcen, da mein Messer immer noch verschwunden ist. Okay warum dort auch immer Grünzeug durch den Stein kommt. Oh dieses Vogelgezwitscher ist zu laut. Oh das ist ja nicht mehr normal. Und da komme ich nicht hoch. So eine Kacke. Da ist ein Häschen. Wo bin ich eigentlich gerade? Oh Gott. Ah ok. Hm. Ich bräuchte etwas Flint. Oh ha. Ich möchte doch nur einen Flint haben. Hier möchte ich ungern weiter gehen. Das sieht aus als ob da eine Ritterburg ist oder wie auch immer. Ach Mensch kommt. Und gebt mir den Flint, damit ich mir eine Axt machen kann oder sowas. Welche Richtung gucken wir jetzt? In diese da. Da ist aber nichts. Oha. Ähm. Ähm. Okay. Ein kleiner, aber feiner Grafikfehler. So, das hier sieht aus, als ob man hier hochklettern kann. Kann man auch. Sehr schön. Oh, da geht es wieder hoch in den Wald. Dann gucken wir doch mal uns hier unten um. Irgendwo müssen wir doch einen Flint finden können. Oh. Oh, was haben wir denn da? Ja. Okay. Wir bleiben erst mal hier unten. Oh. Oha. Kommt da etwa eine Wikingerfestung? Das wäre geil. Da ist eine Axt, die will ich haben. Gib her. Ja. Ich habe echt kein Flint einstecken. Das kann doch nicht wahr sein. Ist das eine Bergbau-Mine? Nee. Da, Essen. Herr damit. Denn ich kriege auch so langsam Hunger. Scheiße. Dann, äh, ja, wird uns da nichts anderes übrig bleiben. Wir müssen hier hin. Das ist wieder so ein geiler Grafikfehler. Okay. Schade. Das kann man nicht abernten und essen. Das sieht mir aber aus, als ob wir es ernten können. Nein. Hm. Das hier sieht sehr zerstört aus. Oh, Pilze. Bitte lass mich die ernten. Oh, Mann. Ey. Lass mich rüber. Aber hier können wir reingehen. Oh. Bitte gib mir Loot. Das ist wieder eine Axt. Das ist ein Bett, ne? Das Werkzeug. Warum kann ich das nicht mitnehmen? Das ist irgendwie mies. Ist, wenn ich da nicht mal was mitnehmen kann. Okay. Es ist eine Demo. Aber trotzdem. Ich muss hier doch wenigstens irgendwas finden können. Und lass mich raten, hier drinne gibt es auch wieder nichts zu mitnehmen. So viel Essen, ne? Und ich verliere Gesundheit. Nö. Das ist gerade richtig mies. Mein Messer ist einfach verschwunden. Ich verliere jetzt Gesundheit, weil ich Hunger habe. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist, aber... Ähm... 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 Ist das so gewollt? Ähm... Da kann ich nichts machen. Okay. Ähm... Da geht's nur bergab. Und zwar steil. Aber das ist gerade irgendwie mies. Ich verliere Gesundheit, weil ich Hunger habe. Ich... Hab mir was gecraftet. Das ist nicht vorhanden. Ja. Nummernblocktaste möchte ich jetzt ungern drücken. Dann breche ich mittendrin die Aufnahme ab. Oder schalte das Mikro aus. War ich hier oben schon? Ne. Hier war ich auch noch nicht. Oder bin ich von hier gekommen? Ne. Hier oben war ich noch gar nicht. Okay. Ja. Hier gibt's auch nichts zum Looten. Schön. Hier ist wieder... ...ne Picke. Die kann ich nicht mitnehmen. Ich verstehe das Prinzip gerade nicht so wirklich. Jo. Hier ist eine Alpha-Wand. Hier war ich noch nicht drin. Ich verstehe das einfach nicht. Ich verstehe das einfach nicht. Dann rennen wir erst mal zurück ins Lager. Oder wir lunzen noch mal hier oben nach. Aber selbst hier oben sieht das so aus, als ob es hier nichts weiter gibt. Und... Auch von hier ist nun mal gekommen oder wie? tatsache das heißt hier unten müsste eigentlich unser lager gleich sein ja da ist es ich gucke mich noch mal ganz kurz hier hinterm lager um vielleicht finde ich hier noch irgendwas hier haben wir sowas ok craft a small healing patch jo mach mal gleich ganz viele steine ein stein wow aber kein flint ja mit dem flint wäre ich besser bedient gewesen wir gucken mal irgend ein healing ding soll ich doch craften wurde mir gesagt hier craft a small healing patch and treat your wund wundene aber wie hier healing dingsbums das da so so go back to camp and rest okay das war's mit der demo es hat mir viel spaß gemacht auch wenn es nur drei folgen waren aber leider ist die demo schon zu ende ich hoffe euch hat es gefallen wenn ja lasst einen daumen nach oben da lasst kommentare da vor allem den daumen nach oben für den youtube algorithmus und ich freue mich schon so richtig auf die vollversion die demo gibt es im übrigen gratis bei steam und ja ich hoffe wir sehen uns im nächsten video bis dahin bleibt entspannt genießt den tag und bye bye euer im 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 Bis zum nächsten Mal.